Der ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. Du hast mich festgenommen und der andere hat mich auch noch erschossen. Freiheit! Oh nein, ich bin in die Sackgasse gelaufen. Oh, Netflix Game Girl hat einen Überfall gestartet, sehe ich. Achso, ich wusste nicht, dass ich den ausraube. Ich dachte, der heißt Rob. Hey Leute! Was geht? Carnival! Nina, hallo! Hallöchen, Nina, na alles klar? Alles gut. Alles gut. Okay, Leute, wir sind hier heute bei Jailbreak. Und heute sind wir bei Polizisten und versuchen uns hier im Gefängnis ein bisschen Respekt zu verschaffen. Das Problem ist bei diesem Jailbreak Spiel, dass man auch selber heftig werden kann, wenn man sich als Polizist daneben nimmt. Yes! Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Momentan ist Frühstückszeit. Ich gehe mal raus und gucke mal, ob eventuell Leute versuchen auszubrechen, weil wenn das der Fall ist... Hier ist einer. Oh, da ist auch einer. Kann ich ihn... Darf ich den verhaften oder wo darf ich ihn verhaften, ist die Frage? Ich glaube, ja, du musst ihn verhaften tatsächlich. Aber kann ich den jetzt zum Beispiel hier... Hast du das gefilmt wie jetzt? Ich wurde, glaube ich, umgehauen. Jetzt bin ich schon wieder Häftling. Das ist irgendwie blöd. Vielleicht hätte ich den gar nicht verhaften dürfen. Ich bin jetzt auf jeden Fall Häftling. Ja, da musst du auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich bleib mal hier jetzt... Was hast du gesagt? Ich bleib jetzt mal hier. Ich gucke mal, ob hier jemand entkommen will von vorne. Ich bin übrigens Häftling jetzt. Hast du nicht gehört? Bist du Häftling? Ja, ich habe versucht, jemanden zu verhaften und dann bin ich dabei gestorben quasi. Also wahrscheinlich habe ich ihn falschermaßen verhaftet. Das kann sein. Toll. Das ist durchaus möglich. Ich bin immer noch Polizist. Ja, momentan ist immer noch Frühstück. So, momentan scheint es noch keine Probleme hier zu geben. Ist auch Hofgang. Wenn der jetzt versucht, hier zu entkommen... Meinst du, das bringt was, dass ich meinen Charakter zurücksetze? Wahrscheinlich nicht, ne? Du kannst es ja mal versuchen, aber du weißt es nicht. Okay. Er versucht sich jetzt zu entkommen. Ja, probier mal. Besiegt. Ich habe mich selber besiegt. Ha! 200 Dollar habe ich dafür kassiert. Ich habe jemanden festgenommen. Ja, das funktioniert leider nicht. Also ich bin jetzt wieder im Gefängnis. Kommt. Ich war schon raus. Ich war schon krimineller, weil ich versucht habe zu fliehen. Das hat die Frage, wo hast du den denn festgenommen? Ja, also da, wo er eigentlich nicht sein sollte. Okay. Weil ich habe ihn auch außerhalb des Stacheldrahts im Innenhof festgenommen. Und das durfte man, glaube ich, nicht. Okay, der eine ist... Ich will lieber Polizist sein. Jetzt kann ich nicht mehr Polizist sein. Ja, Ninas Polizeileben war relativ kurz. Mega. Ich hoffe nicht, dass Kar mich jetzt hier verhaftet. Komm, da versucht jemand zu entkommen. Komm sofort hierhin. Komm sofort hierhin. So, der Nächste, erwischt! Ich könnte eigentlich direkt hier unten bleiben. Ja, alles gut. Alles gut. Solange du nicht versuchst, meine Keycard zu klauen oder so. Weil ich hätte hier nämlich jemanden... Verhaftet? Verhaftet. Ja. Hey, 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 hey! Hier darfst du nicht rein. Nein! Du hast mich gehaftet. Verhaftet! Ich wusste nicht, dass du da nicht rein darf. Warum darf ich da nicht rein? Weil das hier nur für Polizisten ist. Jetzt? Was mache ich jetzt? Achso, jetzt bin ich schon wieder in der Zelle. Boah! Ich will raus! Jetzt die Wale! Raus! Jetzt darf ich raus. Ich wurde schon zu häufig heute eingebuchtet. Ich weiß nicht. Weißt du, ob er mir eine Keycard klauen möchte? Bestimmt. Die wollen dich doch alle abziehen. Der hat mir gerade etwas gestohlen. Vielleicht deine Waffe? Ja. Die schnapp ich mir jetzt. Ich bin abgehauen. Wo? Hier unten? Nein. Doch. Ich schnapp ich mir rein. Die kleine. Da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Nein! Lass mich! Freiheit! Oh nein, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. In der Donne. Yes! Kann ich mich immer noch hier verhaften? Oh! Du hast mich erschossen! Oh! Weil du auf der Flucht warst. Gibt es doch nicht. Jetzt bin ich weder ein Häftling. Jetzt bin ich draußen in meinen normalen Klamotten. Aber du bist entkommen, ne? Ja, aber ich bin jetzt in meinen normalen Klamotten. Also ich bin jetzt wieder Zivilist quasi. Weißt du was? Ich komme in die Stadt und suche dich jetzt. Nein! Ja, ich komme jetzt in die Stadt und suche dich. Oh Gott! Ob das so gut ist, was ich hier gerade mache? Könnte gefährlich werden. Wenn ich dich finde, werde ich dich verhaften. Oh! Jetzt kriege ich aber Angst! Kahn kann das einfach nicht verkraften, dass ich ihm entkommen bin. Nein! Ich bin jetzt Special Agent Kahn. Escape Kahn habe ich gewonnen. Escape Agent Kahn. Officer Kahn. Yeah! Erwischt! Was denn? Ich habe einen erwischt. Der ist jetzt wieder im Gefängnis. Ich kann dir einen Tipp geben. Ich bin nicht zu Fuß unterwegs. Ja, ich weiß ja, ob du mal genau unterwegs bist. Nein, ich habe mich festgefahren. Oh nein! Typisch Nina, echt. Typisch Nina. Oh, das ist direkt der Nächste. Den hole ich mir. Ach nee, der kostet 300.000. Oh nein! Wo ist denn die kriminelle Basis? Gibt es da eine Karte? Ah ja, es gibt eine Karte. Aber wie ist das eigentlich? Bist du in der Stadt? Ja. Sicher? Ja. Aber wo? Zeig ich dir doch nicht. Fährst du ein blaues Auto? Nein. Was? Nein. Ups. Aber jetzt werde ich... Oh, ich schaue nach einem blauen Auto. Hier neben mir ist einer. Bist du hier irgendwo? Ich habe mich was verraten. Ich war auch so blöd und wollte mir ein falsches Auto gerade klauen. Du wolltest dieses gelbe Auto wahrscheinlich klauen, ne? Nein, ein Polizeiauto. Ich glaube, da saßt du aber drin. Nein, nein. Ich habe kein blaues Auto. Das war nicht blau. Aber ich habe gesehen, dass da eine Sirene drauf ist. Das ist so beige gewesen oder so. Ja, das finde ich. Wo bist du denn? Ist sie irgendwo auf einem Gebäude? Oh, was ist das? Jetzt muss ich kaufen. Wo ist Nina? Wo ist Nina? Ich muss Nina finden und sie verhaften. Nein, bitte nicht. Bist du in einem Auto? Nein. Sicher. Ich bin echt auf der Flucht. Bist du hier auf einem Jetski? Nein. Ich dachte gerade. Ich hoffe nicht, dass er mich hier noch kriegt. Nee, ich bin klar. Ich wollte eigentlich jetzt einen Hubschrauber nehmen. Ich weiß nicht, ob ich einen Hubschrauber fliegen kann. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach oben und bekomme mal. Nein, ich bin hier gerade im Wasser. Hubs, hätte ich nicht sagen dürfen. Hinter mir ist ein Polizist auf einem Jetski. Ich hoffe, dass er mich verhaftet hat. Ich hoffe, da kommt seiner Arbeit nicht nach. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Ich tarne mich perfekt. Ich bin hier mit dem Hubschrauber ein bisschen unterwegs. Oh, ich glaube, verhofft mich da jetzt jemand anders zu faften. Oh ja, der schießt auf mich. Oh, ich sehe dich. Nein, jetzt kommt doch noch ein Hubschrauber. Hilfe! Nein! Bin ich gestorben? Nein. Ich werde dich verhaften, Nina. Warum bist du so schnell? Lass mich! Nein! Ich habe Nina mal wieder verhaftet. Oh, toll. Weil du meinen anderen auch nicht geschossen hast. Guck mal, wie fies ist das denn? Du hast mich festgenommen und der andere hat mich auch noch erschossen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Bist du jetzt wieder... Ja, ich bin wieder im Gefängnis, aber das lasse ich nicht lange auf mir sitzen. Ich haue direkt wieder ab. Ich muss nur 10 Sekunden warten, dann werde ich rausgelassen. Ich würde natürlich gerne wieder zum Gefängnis. Ich bin auf jeden Fall ein Nicht-Teil der Top Criminals. Ich habe meinen Namen da nicht gesehen an der Wand. Ich werde jetzt einfach den Hubschrauber hier über diesen Dings praten. Dass hier keiner mehr rauskommt. Hehehe. Jetzt wird es langsam auch dunkel. Hey. So, auch verhaftet. Boah, da gibt es gerade eine Schießerei. Boah, ein richtig guter Polizist merke ich gerade. Ja? Vielleicht liegt dir die Rolle des Polizisten viel mehr als die des Sträflings. So. Boah, 1300 habe ich bekommen für den. Ich bin schon wieder geflohen. Keiner hat mich abgehalten. Wie schon wieder? Ja. Ich bin perfekter Krimineller. Nein! Es ist überhaupt nicht perfekt. Ja, du kommst da nicht raus, ne? Stop. Nein, warum bist du schon wieder da? Oh Mann! Du kleine Bazille, ey. Du bist ja schlimmer als Flo. Ja. So dreist. Der hat einfach den Ausgang mit dem Hubschrauber blockiert. Aber ich bin trotzdem rausgekommen. Aber dann hat er mich gesehen. In diesem Spiel. Nina wird niemals entkommen, denn ich nehme meinen Job ernst. Ich weiß, du bist eine Kriminelle. Na und? Aber ich nehme meinen Job ernst. Ich hätte kein Problem mit mich so bezeichnen zu lassen. Nina ist jetzt wieder, glaube ich, in ihrer Zelle. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen beobachten. Was sie jetzt so vorhat heute. Ich bin immer auf die gleiche Art und Weise geflohen. Nein! Wehe, ist eine Polizistin hier schon wieder. Mir doch nicht. Wie sagt ihr nichts an? Hm. Also nichts Striefling- oder polizeiartiges. Hm. Vielleicht soll die einfach im Gefängnis bleiben. So schlecht ist es hier doch gar nicht. Nina, wo bist du denn? Im Gefängnis. Ja, ich finde dich nicht. Mir, du haust jetzt wieder ab, ne? Warum? Ist doch meine Aufgabe. Ja, trotzdem. Muss ich erst mal finden, ne? Okay, hier bist du nicht. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich wusste es. Deswegen habe ich schon hier unten gewartet. Oh Mann! Ich darf nicht mal bei der Kanalisation verschwinden. Das funktioniert nicht so einfach, Nina. Toll. Ich gebe aber auch nicht auf. Ich werde jeden Tag mindestens 10 Mal ausbrechen. Ist mir egal. Ich bin ja schon in Einzelhaft. Müsst ihr mich in Hochsicherheitsgefängnis verfrachten. Willst du mich noch ein bisschen häufiger verhaften? Nö, ich habe auch noch was anderes zu tun. Achso. Hm. Das ist echt nicht einfach hier. Kann macht mir das Leben als Insasse ganz schön schwer. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Polizei so schnell ist, ey. Voll unrealistisch. Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe den einen erwischt. Davon kriege ich doch nur Kohle. Nina, wo bist du? Ach, guck mal einer an. Du bist nicht. Du bist nicht weg. Du bist nicht weg. Du bist nicht weg. Lass mich raus. Hilfe! Die rumgeht, die tue ich nicht auf. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Bist du in die Kanalisation gegangen und wartest da auf mich? Nein, ich hab den einen nicht erwischt. Bist du in der Kanalisation wieder? Nein, dann würde ich sie doch nicht sagen. Wie, was bringt das denn her? Was soll das bringen? Das bringt also überhaupt nichts. Ah doch! Ich wollte gerade sein, ey. Ich bin abgehauen. Ich bin schon wieder aufablaufen. Ich bin der hartnäckigste Insasse überhaupt. Ja, erwischt. Mir entkommt so leicht keiner, Leute. Ich bin einfach der beste Polizist jemals. Ich hab schon so viel Cash verdient. Kannst du Cash auf Cash? Na, wo bist du, Nina? Lass mich. Ich hab dir nichts getan. Ja. Na, es wird auch wieder hell jetzt gleich. Wo bist du, Nina? Hä? Hier hab ich jetzt schon Angst vor Kahn. Das ist schlimmer als Eat or Die, wo man vom Vierfrasse gefressen wird. Ich hab ganz schlechte Karten auf jeden Fall. Ich hab ganz schlechte Karten auf jeden Fall. Äh. Wo wartest du denn? Tja. Das kannst du dir aussuchen. Hä? Wo wartest du denn auf mich? Wo du willst. Seh ich dich eigentlich auf der Karte? Wenn ich ihn dann noch einmal erwische, dann ist dieses Video vorbei. Ich muss dich nur noch einmal erwischen heute. Seh ich dich eigentlich auf der Karte? Nein, nein. Tust du nicht. Du siehst nur... Ich meine nicht. Wobei, wenn du blau siehst, dann... Ne, ich seh nichts blau. Ich seh nur was rotes. Ich bin mal gespannt, wo Kahn da auf mich wartet. Hä? Bist du ent... bist du wirklich entkommen? Ja! Ich bin über alle Berge, wortwörtlich. Hier ist leider keine Entfernung, aber es gibt auch kein Kopfgeld auf mich. Das kann gar nicht sein, dass du hier aus dem Gefängnis bist. Doch, ich bin nicht. Kann gar nicht sein. Bin ich. Nina, ich hab doch die ganze Zeit da gewartet. Wo denn? Vielleicht warst du gar nicht da, wo ich ausgebrochen bin. Ich bin nicht mehr im Gefängnis. Kannst du mir glauben. Ich bin auf der Flucht. Na gut, dann schnapp ich mir mal meinen Hubschrauber. Oh, wo ist denn der Hubschrauber? Oh, Netflix Game Girl hat einen Überfall gestartet, sehe ich. Achso, ich wusste nicht, dass ich den ausbrauche. Ich dachte, der heißt Rob. Gut, dann fahre ich jetzt nochmal in die Stadt und versuche Nina zu erwischen. Einmal muss ich Nina noch in diesem Video erwischen, sonst habe ich meinen Job hier heute nicht richtig gemacht. Nein! Bist du noch dran? Ja, ich bin noch da. So, ich darf denn gerade dein Akku oder so sein leer? Nein, nein. Ich bin noch da. Ich habe gesagt, einmal muss ich dich im Video noch erwischen, weil sonst habe ich meinen Job hier als Polizist 24 Stunden lang nicht richtig gemacht, auch wenn ich dich schon ein paar Mal verhaftet habe. Oh nein, bin ich jetzt gestorben? Bitte nicht. Sind wir jetzt mit dem Hubschrauber abgestürzt? Warst du das? Nein. Doch! Doch! Nein, ich bin nicht im Hubschrauber. Ich wurde festgenommen. Ja? Ja, aber nicht von dir. Oh nein. Sehr gut. Oh nein. Okay Leute, damit wurde Nina festgenommen. Was? Oh, Nina ist wieder ein Heftling. Perfekt, das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Oh, ist das blöd. Leute, wenn euch das Video heute mal wieder gefallen hat, wie Nina hier als Heftling klicklich versagt hat und ich als Polizist hier meinen Job mehr als super gemacht habe, dann gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Jailbreak Sachen sehen wollt, dann gerne einen Daumen nach oben auch dafür. Und dann sehen wir uns Nina. Zum nächsten Mal. Tschüss. So sieht's aus. Ciao.